Ah, funktioniert auch, wenn ich streame. Das ist ja praktisch. Na, habe ich Late Spawn oder was? Tja, auf ins Gemetzel, ey. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege jetzt gleich instant den Arsch versohlt. Irgendein Skaff, Headshot, Schroflinte auf, äh, 75 Meter. Oh, super. Problem ist, ich höre jetzt nicht so gut. Da war einmal G. Oh, wei, sah ich doch. Gleich den Ar... Hat mir gleich den Arm weggeschossen. What the hell? Oh, okay. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mich verarschen, kommt diese Kerne hoch? Ah doch, da kommt doch was. Ah, die kommen hoch. Perfekt. Ah, da hat er mich, schade. Egal. Ja, egal. Soll er sich freuen. Ich habe die Quest erfüllt. Greg Watson und ich habe einen Unbekannten. Gut, dann droppe ich jetzt gleich erstmal meinen Rucksack für Lukas. Ja. Sie. Vorsicht, hier vorne wird gleich einer kommen. Von links. Das habe ich ja genommen. Ist doch egal. Ich decke hier erstmal. Okay, ich habe ihn eingelenkt. Minus. Ich glaube, der hatte eine Armbinde. Ich bin mir aber nicht sicher. Und passt auf, links kann noch was kommen. Ja, links. Ja, links. Gerade hat er. Oh, ich habe den richtig mitgegeben. Tot, tot, er ist tot. Wie ist bei euch der Status? Ich bin leicht, Hit. Minus. Perfekt. Ich muss gerade nachladen. Wollen wir nochmal sehen. Oh. Erschreckt mich nicht so. Warte, das war doch jetzt kein... Das war ein Spieler-Level 32 hier vorne. Saiga, der hat noch eine Korund-Weste. Und ich würde mal sagen, ich tausche mal den Helm. Ich droppe meinen und nehme mir den hier. Ja, dann nehme ich ganz klein. Ja. Hier vor mir war aber noch einmal ein Skaff. Ich muss am Rand erwähnen. Ah, ja, hier an der Tür war ja auch noch... Was war das hier? Wo ich sagte, ich glaube, das war Augenbinde. War Skaff. Oh, aber das ist Schrotflinte. Da klaue ich mir Munition. Für den Fall der Fälle. So, äh, Lukas, stopp, äh, ja, oder mach da eben zu Ende, schnell. Ach nee, du bist hinter mir. Hier, da musst du reparieren. Oh, okay. Ich sammle eben meinen Rucksack wieder auf. Liegt der noch hier? Ja. Ja. Wer kommt da gerannt? Das bin ich. Okay. Sorry. Hier wird man ein wenig paranoid. Das lief doch schon mal gut. Ich hab nicht mehr viel Schuss. Köln bin Fatsch. So, warte. Jetzt eben überlegen. Der Zweite, den kannst du jetzt ja sowieso nicht machen. Äh, jetzt muss ich mich mal eben orientieren hier. Hier vorne ist doch der tote Skaff. Warte mal, ich geh in die Ausprüfung. Ich komme mit. Warte, warte, ich geb dir Deckung. Nee, nee. Nein, nein, da drin nicht. Stopp, stopp, stopp. Ähm, warte, warte. Der ist dann... Wir müssen hier links rein, den Gang zum Ende durch. Und dann rechts. Seid ihr hinter mir, beide? Ich bin da, ja. Gut. Aufpassen, nicht, dass gleich oben einer ist. So, hier lang. Ah, stopp. Oh, nicht... Oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Sorry. Dann hier durch bis zum Ende. Ich seh grad... Hier, da drin ist der Skaff. Und ich glaub, dann können wir fast schon raus, ey. Hier war ein Spieler. Hast du ihn? Ja. Ja. Sauber. Genau, die Skaff-Leiche, äh, die Deko-Leiche da vorne, die muss du, da musst du den Brief rausziehen. Ich lade eben meine AP20 nach. Na hä, wo soll der Brief sein? Bei ihm in der Tasche ist der doch, oder nicht? Bei ihm in der Tasche ist der doch, oder nicht? Also, du musst ihn looten. Da ist kein Brief drin. Doch, ah, warte, der ist hier oben am Kragen irgendwo. Da musst du gucken, das ist eine weiße Stelle. Take, hab ihn. Sehr gut. Wollen wir jetzt gleich direkt zum Ausgang. Gate 0. Warte, ich hab hier Gate 1. Ja, oder Gate 3. Gate 3 ist drüben. Gate 3 ist hier, genau. Das ist ja... Halt, stopp, das ist nicht... Das ist, müsste aber Gate 0 sein, aber dafür brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel. Warte. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, wir müssen zu Gate 3. Das ist... Ja, bleib doch mal hier, wo willst du hin? Hast du einen Schlüssel? Factory Key. Oh, beste Mann. Zoom aber auch, ist egal. Hier sie... Wieso hast du das Visier hochgemacht? Weil ich das scheiße fände, wenn man so durchkommt. Ja, egal, das schützt dein Gesicht. Ja. Ja, sagst du jetzt. Und wenn es irgendwann eine Kugel fängt, sagst du, hey. So. Okay, jetzt geht wieder los. Rucksack dropping. Gut, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir. Oh, shit. Rucksack gedroppt. Ah, jetzt sind wir da. Oh, ich höre da zwei Rennen. Gut, hab's. Einen habe ich weggeknallt, Spieler. Direkt in die Fresse. Sein Body ist da vorne noch. Wo? Ich vorne. Äh, wenn du rein... Siehst du die Leiche links davon? Circa sieben Meter. Neben dem Container. Ist weiter hinten jetzt. Hab' ihn. Red. Wow. Oh. Alter, das Ding ist ja richtig Killer. Ich mag die MP5. Ich muss mich eben heilen. Oh. Das bin ich, das bin ich. Oh, sag das doch. Fuck. Sorry. Du hast mich nicht getroffen. Ich weiß, dass sie was schlimmer ist. So. Ich brauche was zu heilen. Ich hoffe, der hat ein CMS. Das war ein Spieler, ja. Geil. Ja, ja. Kommt da wer? Ja, das bin ich. Ich lasse dir die Mark, aber ich brauche was zu heilen. Danke. Äh, ich... Ich packe mal... Wenn AI2 reicht, Bandage, Splint, habe ich. Brauchst du's? So, Jungs, ich lege mich mal eben hier hin. Ich bin... Ich bin was Großes. Ich bin am anderen Ende des Raumes. Ich lege mich mal eben ab zum Nachladen. Oh, scheiße, ich muss mich schnell verharzen. Reicht AI2? Nee, nee, das ist zu wenig. Scheiße. Wo ist die andere Leiche? Da vorne. Was brauchst du? Was zum Verarzten? Ich verblute. Groß, klein? Groß. Scheiße, ich habe nichts mit. Da rennt was an. Das bin ich, das bin ich. Okay. Ich habe vorne in die Leiche. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sonst geht direkt raus. Hey, nicht die Magazine mobsen. Ich sehe, die sind im Rucksack. Die sind im Rucksack. Ich wollte das Rick nehmen, wenn es okay ist. Ja, klar. Weil es ist auf null. Rechts kommt was. Hier ist was, ja. Hast du? Hast du? Ja. Ich sehe, ich sehe nichts wo. Tot. Sehr gut. Jetzt komm, geh raus. Hier, ich begleite dich raus. Du musst sowieso hier lang. Ich habe so ein Ding zum Heavy Bleeding gestoppen. Wenn das. Das ist kein Exit. Dann komm schnell in den Exit, bitte. Ey, mir geht es ganz mies. Da, wo wir gespawnt sind? Nein. Hier, hinten bei den Leichen. Bei den Leichen. Oi. Ah, der hat eine Ader. Verdammte Scheiße. So. Bist du da gut? Ja. Ja, ich komme, komme, komme. Warte, ich... Ich bin hier. Ich blute auch gerade. Ja. Ich mache Tür zu. Beim Rucksack. Tür zu. Da kommt gleich ein Scaf. Ey, Garret, was da geschossen hat. Das ist echt mies. Ja. Noch mal ein Gebleeding, oder? Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte ein CMS gehabt, aber das ist unter 150. Dann ist das ja nicht mehr fair wie Bleeding. Nee, CMS geht auch. Nur bis 150 mit Heavy Bleeding. Nee, Salever. Ach, ähm, Salever. Sorry. Kann ich die Käsescheibe vielleicht doch noch mal bekommen? Ja, klar. Scheiße, mein Rucksack ist liegen geblieben. Ja, der liegt da, wo wir gespawnt sind. Scheiße. Lukas, dein Rucksack liegt hinten. Da vorne ist noch der Schaff. Ich habe einen, ich habe einen. Alles gut. Halter. Pass auf, pass auf. Da vorne ist noch ein Scaf. Ah ja, da vorne. Da vorne sind zwei Sachen. Also es ist ein Scaf und einer ist weiter hinten. Kann man hier drüben auch aus? Ja, das ist der Ausgang, den wir vorhin hatten. Ich wette, den können wir jetzt auch nehmen. Ja. Ich bin jetzt vor dem Raum. Ja, ich auch, ich bin links. Geh nach rechts. Lukas, ich bin links. Ich bin gleich links hier von der, das bin ich, das bin ich, genau. Von der, ich weiß, wo ist der? Oben. Ja, oben. Ja, vorhin hat einer auf mich geschossen. Ich weiß nicht, wo der ist. Tot. Unten ist einer an dem Gang, glaube ich. Ne, oben ist einer. Ja, ja, unten ist aber auch einer. Also ich muss jetzt gleich auch raus. Scheiße. Wo? Ja, auf der Treppe. In einer Treppe. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, sehr gut. Ich habe keine Muni mehr, ich bin komplett los. Also ich habe zweimal Heavy Blading. Ja, jetzt. Ne, dann jetzt erstmal raus. Lass uns erstmal in den einen Raum jetzt hier. Ich vermute, ich komme nicht mehr raus. Doch. Du musst nicht looten, komm erstmal in Sicherheit. Ich habe zweimal Heavy Blading, ich kann mich nicht heilen. Dann lass es hier rausgehen, komm hier rüber. Renn einfach hier rüber. Da, wo wir gerade drin waren. Ja. Okay. Renn da rein, lass uns. Ja, ich kann nicht rennen, ich habe ein Bein verloren. Ja, dann geh. Ich komme hier gerade, nicht schießen. Ja, ich bin auf der, ich bin an der anderen, ja. Scheiße, ich kann hier nicht rüber, ne. Ich bin zwischen den Spiebläumen Containern. Alter Schwede. Das war hitzig. Der andere hat ja eine SVD. SVDS, ja, die habe ich. Okay. So, komm. Raus hier. Also, wie gesagt, die M4 habe ich im Rucksack, die Magazin im Rucksack gepackt. Ja, alles gut. Das, ich dachte, der hat eine M4, das ist aber eine A da. Der hat die nur ganz beschissen voll gemoddet. Aber wir kommen jetzt auch mal raus. Ja, du kommst raus, komm. Alter, das war jetzt eine Runde, ey. Scheiße, wie war das? Okay, ich habe noch drei Körperurteile. Ja, also. 15 HP, 15 HP, schnell, schnell, schnell. 13. 18. 8. Du bist gleich raus. 6. Oh, Gott. Boah, Alter, das war eng. So, jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt auch raus. Ihr müsst es jetzt nicht zu eng gestalten, ne. Also, ihr könnt... Alter, das war geil, ey. Vor allen Dingen, dem ersten Dude. Weißt du, der kommt auf eine Ecke, zielt auf mich und ich drücke ihm instant den Headshot mit der AP20. Ich bin mir so sicher, dass ich da einen Report gekriegt habe. Ja, beide Jusek 37. Aber den einen habe ich Thorax nicht Headshot. Okay. Keiner Scheiß. Ja. So. So, liebe Leute. Äh, Munition? Ich gucke hier vorne eben, scheiße. Warte, warte, warte. Wo bist du jetzt hin gerannt? Draußen vor der Tür. Direkt an dem ersten Transporter-Ding. Zurück, zurück. Ich komme wieder rein, ja, ja. Ich schalte da draußen noch, ne? Ich lege ein kleiner Sling. Wo? Im Boden. Da, wo wir herkamen. Ah, okay. Äh, oh Gott, der passt in meinen Rucksack. Da kommt was? Oder seid ihr das? Ja, links. Habt ihr? Ne. Oh, shit. Alter. Alter, der hat der P90. Ich bin tot. Der hat der P90. Lebst du noch, Lintu? Nein. Du bist alleine. Hab ihn. Schön. P90 oder PPSH? Ich glaube, PPSH. Oh, das ist mein Penner, Alter. Mit Trommelmagazin. Direkt wieder Granate, 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 Granate. Was soll das hier das Mal, Alter? Das ist ja der Schwanz abfällt beim Wichsen. So, warte mal. Wer hat hier noch irgendwas mit? AKSU wäre nicht schlecht. Wir müssen mitnehmen. Die kann es aber klappen. Ich verstecke die hier am Ausgang, wenn ihr da nichts gegen habt. Ja. Der AKSU ist nicht versichert. Die Schritte ist mir Latte, aber die AKSU wäre nicht schlecht. Ah, okay. Da liegt so gut. Wo bist du denn? Vorne, rechts, da an dem Gabelstabler. Okay. Wie gesagt, Schrottwind ist nicht wichtig. Du meinst die PP19, du hast keine AKSU. Ach, meine ich doch. Sieht ja fast gleich aus. Ja, die Weste würde ich hier empfehlen, anzuziehen. Ja, warte. Ah. Hoffentlich fällt es nicht auf. Hast du die Munition genommen? Ah, ja, sie ist schon. Irgendwie Hitler-Siege machst du halt nix, ne? Helm versichert? Meiner? Nein. Meiner? Ja. Naja. Deine? Ja, das ist der, den du weggeschmissen hast. Passt du nicht hier mit rein? Ah, scheiße. Ja, alles liegen. Was ist da noch mehr? Ja, dann schmeißt du die Röse weg und nimm das Magazin raus. Magazin ist wichtig. Ich schmeiß meine Röse mal raus. Ah. Sie ist gut, die nehmen wir mit. Scheiße, wer kommt. Scheiße, wer kommt denn? Orientieren. Oh, hier kannst du auch richtig gut hereingucken. Ich gef начинt. Weise ist das eine große Brasche. Ich rufe, ich meine Röse, ich viel. Ich rufe. Alles klar. Ja. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe, ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Wie hieß denn der Witzknicker? Istte Istte 27 Du musst einfach nur nach unten ziehen Ja Du kannst einfach schon davon ausgehen, dass jeder Dropshot ist So Leute Konzentration So Einmal hier, einmal hier Oh, wir sind schon wieder hier Hier liegt ein Magazin an der Waffe am Boden So, ich ziehe nach links Hier vorne lag das Magazin Ich hab's Achso So, jetzt geht's ab Ja, du musst jetzt aber, warte Ich gehe ihm vor, check hier links Ich sehe erstmal nichts So, hier, siehst Folge mir jetzt mal Hier musst du reparieren Ich weiß nicht, wo es herkam Irgendwovon da draußen Alter, ist das Ding laut Sashimi Keine Angst, wir halten dir hier die Scaff vom Leib Ich will auch noch welche abhaben So, bin fertig Wo ist denn der verdreckte Scaff? Der ist hinter dem Tank Okay, ich hab keine Meldung bekommen Bin ich fertig? Einer so Sobald in Leve, ja Okay, gut Ich bin jetzt Einmal hier Genau, wir sind jetzt hier Bei dem Gabelstapler mit dem Fessler Mit Blick auf die Treppe Ich sehe den Ich sehe den verhurten Scaff aber nicht Er ist tot Ja, aber hier ist noch ein Oh, Gas kann das Ach, schade Aber Oh, Hilfe Sag ich doch Hilfe, ich hab den Abfall Hier, geh hier rein Ich bin hier drin im Container Ich geh jetzt mal Ich geh nach oben Hat jemand Zeug zu wählen mit? Von euch ist keiner hier auf der Treppe Oder Skywalk, richtig? Ne, wir sind bei dem Container Ich hab nämlich gerade Metallschritte gehört Okay, dann wird das von euch gewesen sein Oh, hier hinten ist ein Spieler Das ist ein Spieler Scaff Da steht ein Spieler Scaff mit Lamosin Ne, das ist ein Spieler Wo denn? Da Warte, der ist der, der ist der Der ist bei mir auch Ich bin jetzt gerade ganz woanders Hab ihn Jetzt schnapp dir meine Sachen Ja, Vorsicht Oben auf dem Flur ist noch einer Wird der überhaupt mal erlebt? Das ist ein Wunder Wo bist du, Lukas? Ich bin hier unten Wo wir gerade eben noch waren Okay, wir gucken jetzt als erstes Dass wir dich rausbringen Lukas, wenn da keiner ist Sieht ja meinen Rig an Das ist dicker Seid ihr noch da hinten Bei dem Ausgang? Ja Ha, ha Gut Dann würde ich sagen Geht Lukas gleich schon mal raus Damit er die Quest fertig hat Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße, dafür muss ich das Ding auch rausziehen Scheiß drauf Ja, pack einfach rum Ich hab nichts in dem Ding drin Zieh einfach auf das Teil drauf Den ganzen Stuff Ja Das ist wohl so ein Spieler Wo kann ich denn da jetzt raus? Hinter dir müsste da Dieser Tor-3-Exit sein Also von da wo wir kamen Das ist ganz schön, ich kann sie sehen Achso, ja stimmt Genau, leitet du ihn eben Ich hab ja keine Ahnung Das war doch schon Sinn Steht ein dicke fette 3 drüber Ja, ich hab's gefunden, gut Ich hab ihn Du bist doch tot Okay, ich bin raus Hast du meine Weste an? Ja Hast du die Bumper schon wieder mitgenommen? Ja Ja Ich komm auch gleich Außer mich tötet jetzt noch ein Der hatte nur ne Pistole? Leck mich am Arsch Nimm dir die Rüstung mit Der hat ne M2 M1, ja, nehm ich wohl M1 Sieh die Waffe als Geschenk an, kannst du behalten Lukas Okay Die Weste war eh nicht meine Scheiße, krieg ich den Helm nicht mit oder was Ach, was soll's Oh, ich hab immer noch die M4-Magazine hier drin Und die kleine Tasche, die hab ich mir auch noch gekauft War ganz schön widerspenstig, der Kollege Oh Da war ich, Machi Ich werd's ja mal gucken Hier mit der Gra Spielerscuff Wechseln Nein, 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 nein! Oh, shit! Der wird bei LaNstar-Munni sein letztendlich Ah, Mist! Schade